Also wenn ich draußen den Reifenwechsel mache oder draußen Holzhacken gehe oder die Einkaufstüten die schweren trage, dann möchte ich auch, dass die Frau die Wäsche macht, das Essen kocht und den Abwasch macht. Und ich will mir diese Aufgaben nicht 50-50 teilen. Ich finde das unnatürlich und ich persönlich finde es nicht gut. Wenn andere das machen wollen, dann sollen die das ruhig machen. Aber ich persönlich will so eine Frau nicht, ich will kein so ein Mann sein und ich habe da auch keinen Bock drauf. Und dann alle Männer, alle Männer, die eine 8, eine 9, eine 10 sind, also alle Männer, die einen hohen Wert haben, alle High Value Men in diesem Bereich, okay, alle diese Männer wollen weibliche Frauen, die die weiblichen Rollen übernehmen und diese Männer wollen zahlen, wollen die Frau beschützen, wollen die Tür aufhalten. und die wollen auch vielleicht heiraten, die wollen auch vielleicht Kinder, aber die wollen keine Frau, die aufnuppt, die nervt, die die Wäsche nicht machen will, die nicht kochen kann, die nicht putzen kann, die frech ist, die arrogant ist und Männer noch was. Vielen Dank.